Seit Jahrzehnten bietet die Firma Alt GmbH die Wartung und Reparatur von Getränkeabfüllanlagen namhafter Hersteller an. Dafür werden auch Präzisionsdreh- und Frästeile in eigener Fertigung produziert. In unserem neuesten Firmenbereich werden mit modernster Konstruktionssoftware Formteile von Flaschengarnituren und Einteilschnecken aller Marken vermessen und gefertigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017